Hallo Welt, da sind wir wieder und es geht gleich weiter zu Big L. Bier für unterwegs. 16 Bier. Jo, genau, das ist unsere Welt. Das passt schon. Also mit dieser Braustation wird man hier wirklich zum Alki. Ich find's gut. Zack, für den Weg erstmal 5 Biere getrunken. Ja komm. 8, äh, nein, 5, 6, äh, ich hab zu viel Biere getrunken, ich kann schon nicht mehr rechnen. Richtung Osten. Ist das dann immer noch richtig? Von hier aus auch Richtung Osten? Wie sind wir denn so schnell hier am Camp gewesen? Achso, Schnellreise, ich verstehe. Ja, natürlich. Dann geht es doch jetzt erstmal Richtung, ja, Osten ist schon, ist schon richtig. Wir müssen nur über den Berg kommen hier. Ja, und ich möchte nicht da rechts rum gehen, weil da sind wir schon ganz oft hochgegangen. Ich möchte einen anderen Weg nehmen. Versuchen wir hier irgendwo rauf zu kommen. Oh, das sieht mir aber nicht so aus, als könne man da rauf. Überladen sind wir zum Glück nicht. Okay, dann können wir schnell rennen gleich. Nur nicht ablenken lassen. Was machen wir eigentlich? Ich denke, wir sind hier, um die Erfahrungspunkte zu erhalten. Sonst hätten wir auch im Abenteurer-Modus bleiben können. Nein, 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 danke, danke. Wow, unmöglich. Wie hat er uns getroffen? Wir kommen hier nie wieder raus aus der Suppe. Doch. Schon geschafft. Klingenkorn. Was suchen wir denn zuerst? Die Aster scheint ja noch schneller zu verderben als Klingenkorn. Ja, wenn wir einmal Klingenkorn finden. Und dann nehmen wir gleich mehr Klingenkorn mit. Ach, dann brauchen wir wieder Mais. Der Mais verdirbt auch gerade bei uns im Inventar. Sechs Maise haben wir noch. Sechs Maispflanzen. Oder Maiskolben vielmehr. Was liegt hier schönes rum? Ein Responder. Responder Auftrag. Psycho. Oh nein. Das können wir aber lesen. Responder. Es soll in der Nähe von Sendezentrum HNB1 12 Zivilisten geben, die unsere Hilfe gebrauchen könnten. Bitte geht zu Ihnen und seht, wie wir Ihnen helfen können. Ja, das war einmal eine Aufgabe. Da sollten wir dort überall an diesen Sendezentren Fotos schießen. Aber ich hatte keinen Schimmer, wo das sein sollte. Vor einigen Folgen war das eine der täglichen Challenges. Ach, da ist ja ein Sendezentrum. Okay. Eins haben wir gefunden. Achso, wir wollen das gar nicht machen. Wir haben doch eine andere Aufgabe. Untersuche Sendeturm HNB1 12. Ach, können wir doch auch machen, wo wir jetzt schon mal hier sind, oder? Ja klar, komm, machen wir einmal. Oh, Super Mutanten. Sind wir denn für so einen Schabernack hier vorbereitet überhaupt? Scheinbar schon. Echt? Mit so starken Super Mutanten kommen wir schon klar? Stufe 16? Hätte ich nicht gedacht erst. Irgendwas schießt auf uns. Ach, Moment mal. Das kennen wir doch irgendwo her, oder? Das haben wir schon mit Sacrifice gemacht, meine ich. Ja, aber haben wir uns auch diese Karte hier angeguckt? Mit dem zentralen Betriebshof. Und das gelbe können wir gar nicht anklicken. Nur die roten. Greggs Mine Supply. Ja, das kennen wir. EMB 1 27. Vorsicht! Wo schießt du? Da schießt du. Na schön, vielleicht war es das. Wie war das? Wir wollten uns nicht ablenken lassen. Verdirbt denn irgendwas auch? Wir haben sowieso... Wir haben sowieso jetzt kein Klingenkorn und kein Mais mehr. Was haben wir denn noch hier? Das grüne können wir auch. EMB 1 27. Sagte ich schon. Damm von Grafton. Ja, den haben wir noch nicht entdeckt. Und LWB 1 22 haben wir noch nicht entdeckt. Was mich wundert, warum können wir das gelbe denn hier nicht anklicken? Kommt vielleicht noch. Hm. Oh, Beweglichkeitswackelpuppe. Oh, Beweglichkeitswackelpuppe. Da drin ist der Flansch. Ach, wir sind überladen schon? Oder was war das jetzt für ein Geräusch? Hier sollen wir... Wir haben die Supermutanten ausgelöscht. Vielleicht sollten wir das mal machen. Karotte abgekochtes Wasser. Brauchen wir nicht. Na ja, so ein Bier kann man immer mitnehmen. Passt schon. Ach so, ja, tatsächlich. Wir haben das schon untersucht hier. Das war's. Aufgabe erledigt. Ja gut, liebe Welt da draußen. Dann werden wir in der nächsten Folge weiter nach der Aster suchen. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.